Ach Leute, ich habe wieder so eine traurige Nachricht für euch zugeschickt bekommen. Heilbronner Verpackungshersteller Höhingen schließt nach 157 Jahren. Und es tut mir weh, solche Nachrichten hier kundzutun, aber sie sind wichtig und richtig, dass wir darüber sprechen und diskutieren, woran denn so etwas liegt. Überlegt euch das doch mal. 157 Jahre hat es dieses Unternehmen geschafft zu überleben, sich immer wieder weiterzuentwickeln, teilweise neu zu erfinden, neue Innovationen auf den Markt zu bringen, neue Designs hier, gerade bei diesen Verpackungen etc. Und dann kam die Ampel. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Ja, wisst ihr, es ist ja diese einfache, ja diese Redewendung, heißt es eigentlich, der Markt reguliert sich immer selbst. Und das ist definitiv der Fall. Wenn wir gute Löhne bekommen in diesem Land, gutes Geld verdienen, wenig Steuern abgeben würden, wir geben viel zu viel ab, und dann was übrig bleibt, dann investiert man, dann kauft man sich was, dann gönnt man sich was, dann macht man Konsum. Und das ist auch gut so, das braucht auch der Mensch. Wer morgens bis abends arbeitet, der soll sich auch etwas leisten und dieses auch leisten können, um sich einfacher dann auch von dem Alltagsstress abzulenken, vielleicht mit einer schönen geschenkten Frau oder auch sonst was. Aber das ist in ein ganz großes Ungleichgewicht in Deutschland gekommen. Und das kommt natürlich dementsprechend an bei den Firmen. Wenn du eher überlegst, dreimal überlegst, ob du jetzt eine Kleinigkeit für die Frau oder den Geliebten oder sonst was kaufst, ist es doch nur klar, dass das nicht mehr aufgeht, diese Nachfrage einfach zurückgegangen ist. Weil wenn du dir dreimal überlegst, kaufe ich das oder nehme ich das Geld, weil ich es für die Heizung brauche und gebe es nicht aus oder lege es für noch schlechtere Zeiten als jetzt schon zurück. Es ist schrecklich, aber auf den Artikel einzugehen. Das insolvente Heilbronner Traditionsunternehmen stellt seinen Betrieb Ende Februar ein. Dabei hatte der Insolvenzverwalter lange nach einer Lösung gesucht, heißt es hier. Und wird natürlich hier schwierige Lage im Druckgewerbe drauf geschoben. Und das ist nur klar, Papier ist gerade immens teuer, teilweise rar geworden. Die Tinte alleine schon ist teurer geworden, alles drum und dran. Und wenn man sich das hier anguckt, das sind Handarbeit hergestellte, tolle Verpackungssachen, hier mit so einer schönen Schleife und einer schönen Farbe und alles. Es blutet mir das Herz, wenn ich solche Nachrichten hier kundtue. Und es wird nicht weniger Leute. Das ist wieder ein Betrieb hier mit betroffenen 45 Mitarbeitern. Und klar, das ist kein Weltkonzern, das ist kein Riesenkonzern mit 300 oder vorher 3000 oder noch mehr Mitarbeitern, wie ein BMW in Deutschland mit zehntausenden Mitarbeitern. Aber es sind 40 Existenzen, die jetzt große Probleme haben werden. Und das graut mir davor, weil ich sage es ja immer wieder, wir finden uns in dieser riesengroßen Insolvenzwelle mittlerweile komplett tief drin. Und es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird nur schlechter und wird noch mehr. Ja, schreibt es unten rein, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten und ciao.